1 zu 0, geschlossen über einen Fragschluss von Gans. Und dann habe ich gesagt, der soll sich Scham bringen, nein. Und dann habe ich gesagt, der soll sich Scham bringen, nein. Und dann habe ich gesagt, die russische war auch, ja. Wenn ich halb schon die Augen drauf hab, darfst du mal den ganzen Weg ab, aber die ist mal den ganzen Weg. Guck, Guck! Guck, Guck! Guck, Guck! Guck, Guck, Guck! Guck! Guck, Guck! Ah, die Tabyshow! Guck! 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 Ahhhh. Ohhhh. Ich steck hier rausgezogen. Ah Quatsch. Ich bin schon seit besteuern. Ich bin schon seit die Schneiden die Kabel durchgedreht. Ich habe vier alle sicher rausgezogen. Zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack. Ja, Checo was wir noch machen können, ne? Wir können die Tischelmohlfest- 판. Romantische O und das- Oh Scheiße, das geht BITTE! Romantische O. Ja, geh mal ein Kleinhacker oder ein Babbelnett. Nein, ich habe einen neuen Tag. Dann hat er einen Freund auch einen Lieblingsverkauf. Ja, ich weiß, er musste da über Weihnachten... Schickt 10 SMS am Tag. Jede Woche zweimal miteinander ein und schon mal telefonieren. Äh, Babbelnett. Da hat einer auch so eine Freundschaft für 25 Euro verkauft. Und tut jetzt an Ostern, kriegt er einen Brief von dem. An Weihnachten einen Brief. Und am Geburtstag hat er auch einen Brief verkauft. Das war, wenn wir die Leistung bringen konnten. Wir gehen nicht hin. Wir machen es nicht. Hey, Mone! Hey, du Batz! Du gehst ja weiter, der Ignorotto! Auf Zeit. Immer Geld ist es auch nicht mehr. Ich habe nur mehr von ihm nicht gehabt. Und da hat er gesagt, ja, ich bin in Eilauf angemeldet. Da habe ich mich auf Eilauf angemeldet. Ich habe mit dem so geschrieben. Aber auch nicht mehr zu finden. Da habe ich gesagt, scheiß Partyfernseher auch angemeldet. Da habe ich mich angemeldet, habe ihn besucht. Da habe ich ihn gefunden. Bei Neustadt an der Weinstraße. Kochel habe ich auch einmal. Oh, du Sigurd, ey, du Sigurd. Mann, jetzt gibt es Geld für den Sigurd, weil er den Ball weggeschossen hat. Das war noch ein Name. Das ist mir auch schon passiert. Was? Ball weggeschossen. Ja. Ja. Uh, das wird ja geil. Nicht stimmt das. Was dann? Na, du weißt eh nicht. Du wohnst neben dem A Tür und du weißt nicht immer, wo der ist alles. Du rufst eh noch mich an. Hä? Hey, komm. Und Sigurd lässig mit dem Ball. Oh, oh, oh. Au, oh. Au, oh, oh. Und wer stolped ist. Auww, ey! Halt! Weißt du, wenn sie HIMter auslassen von Tati? Machen Sie ... Zeit, Tommi, Zeit! Maldo! Hey! Komm nicht, Tommi! Die Fall! Und Fettsong, Gas, was ganz Neues wird ausgewechselt und es kommt Nörgelfred! Nörgel, 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 Nörgel! Hey! Hey! Der Party! Nörgelfred hat den Ball! Was war denn der Silber? Oh! Das ist doch nicht, ey! Und die Tattoo Show wird ausgewechselt und es kommt dafür mit Nörgel 14, der Promille Express! René, Max, an die 5, dreht auf die 6 aufpassen, ne? Ne, du musst doch nicht, ich kriege doch keine Geschleitze, ich stecke da! Von Eichelsbach auf Promille 4 in 0,5 Sekunden! Das ist der Promille Express! Hey! Du bekommst sie! Und ein nicht gefilmtes 2 zu 0! Durch Christian Deisinger, AK, Lucky! Ja, leider im Bauch! Moment! Jetzt machen wir's! Auf, Gas! Komm, mach dich! Hat das Kassetto oder Fest? Weiter, weiter, weiter! Komm! So, Brett! Aaaaaah! Ausgenörgelt! Ausgenörgelt! Jetzt dieser! Dieser! Aul! Ausgenörgelt! 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 Ausgenutzer! Ausgenörgelt! Oli! Du Fiii! Komm, schieß! Da muss einer, wenn einer kommt! Schuss! Ja! Ja! Oh Mann, das war der Cheats! Das ist die Partei! Cheats! Da hat sich das Tor! Komm! Too much Brommel in der Head! So, so unerwartete Bälle, das ist schon mal nehm. FAULE! 3 zu 0!